Ich lerne Deutsch. Nummer 9404 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Teddybären sind die wahren Meister im Trocknen von Tränen. Teddybären sind die wahren Meister im Trocknen von Tränen. Mit meinem Handgelenk stimmt etwas nicht. Es ist überlastet, von der vielen Arbeit am Computer. Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Unsere gemeinsame Reise führt uns nach Paris. Gegen 18 Uhr werden wir im Hotel sein. Ehrgeiz ist das Streben nach persönlichen Zielen wie Leistung, Erfolg, Anerkennung, Einfluss, Führung, Wissen oder Macht. Wir sind Architekten und bereit, diesem Teil der Stadt ein modernes Aussehen zu geben. Wir sind Architekten und bereit, diesem Teil der Stadt ein modernes Aussehen zu geben. Welche Ladung bringt das Schiff, das gerade in den Hafen einläuft? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Letz' explicatzen. Wir werden wieder mit dem Kanal an. Wir bleiben weiter und werden mit dem Kanal an. Verbrennen. Wir werden das Schiff, das Schiff, das Schiff, das Schiff kamen zu abonnieren. Auf der Schiff, das Schiff und das Schiff. Vielen Dank.